Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Schön. Wir sind wieder beim Dom gelandet, Markus. Stimmt ja. Oh, aber bestimmt gibt es auch in Bamberg was anderes zu sehen. Das glaube ich auch. Sollen wir weiterziehen? Ja. Also los geht's. Und herzlich willkommen bei Beste Freunde. Ja, herzlich willkommen bei Beste Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim zweiten Teil. Und natürlich nehmen wir euch mit wieder bei unserer kleinen Bamberg-Tour. Und ja, viel Spaß dabei. Genau, los geht's. So Leute, jetzt sind wir bei der alten Hofhaltung. Hier einen kleinen Eingang gelandet. Und wir nehmen euch mal mit. Kommt mal mit. Hallo Leute. Also Markus und ich erzählen mal ein bisschen von der alten Hofhaltung, denn immer im Sommer bzw. Sommeranfang sind die kalteren Spiele. Vielleicht habt ihr davon schon was gehört. Und hier bei der alten Hofhaltung spielen immer die vom ETH Hofmann Theater ein Stück, ein Theaterstück. Ne, Markus? Das stimmt. Und hier wurden auch ein paar Filme gedreht, zum Beispiel die drei Muskeltiere oder ein Märchen. Ja, habt ihr es auch gecheckt? Oder habt ihr es auch gesehen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Lasst uns gerne wissen, ob ihr das wusstet oder nicht. Ja, dann nehmen wir euch mal weiter mit. Und wir gehen mal raus erstmal. Und ja, bis gleich. So, jetzt sind wir im Rosengarten gelandet. Ich mache mal ein bisschen leiser die Stimme. Aber wir machen ein paar Fotos hier. Dann könnt ihr es mal sehen. Wir haben die schönen Rosen angeschaut. Die Rosen waren sehr schön. Und dann sind wir weitergelaufen. Das tut mir aber leid. So, Leute. Wisst ihr, wo wir sind? Hier? Wir sind am Sams Haus. An allen Drehorten, wo der Sams gegräbt wurde. Leute, hallo. Sams. Kennt ihr das? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn, dann welchen Teil mögt ihr denn? Genau. Am Sams. Ihr könnt es kurz nochmal angucken. So, Leute. Wir nehmen euch mal wieder mit beim Laufen. Kommt mit. Wir gehen nämlich zur Winterkontrol. und die und das ist die und wir gehen. Und dann Puh, Puh, Puh. So Leute, wir sind jetzt beim letzten Tier angelangt und ja, hier ist die Villa Concordia. Wir machen noch ein paar kleine Fotos hier, euch zu zeigen und ja, wir wollen schon mal sagen, schön, dass ihr angeschaltet habt bis dahin und ja, wenn ihr noch einen dritten Teil haben wollt, dann gerne auf den Like-Button drücken. Genau. Lasst einen Like da. Abonniert den Kanal, dass ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und diesmal, wie viele Likes müssen die uns geben? Wieder 20. Wieder 20, Leute. Dann tschüss. Tschüss. Wir machen noch Fotos für euch. Tschüss. 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 Tschüss.